Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Judgment! Oh, ich habe es zwar schon mal gesagt, aber es tut echt immer noch gut, dass man so einen kurzen Satz ausspricht. Ganz kurzen Satz, so einen kurzen Namen aussprechen. Ja, hopp, hau rein. Ich habe ja gesagt, wir machen das mal. Kameru of the Dead. Entschuldigung, die Arbeit kann warten. Man hört mich, ja. Nur mal R2 nachladen, L2 nachladen, R1 ist schießen, Granate werfen, Kreis ist schießen, bestätigen, schießen. Jetzt bin ich immer gespannt. Kameru of the Dead. Chapter 1 Es dauert nicht lange, bis der Virus Kamerujo komplett befallen hat. Hatte. Und diese Katastrophe ein Ende zu setzen, ordert die Regierung den Abwurf von Luftbomben, um die Zombies und den Virus ein für alle Mal zu vernichten. Es gibt jedoch ein paar Überlebende in Kamerujo. Nur noch wenige Stunden verbleiben, bis das Bomberne-Mor beginnt. Wirst du es schaffen, hast Kamerujo zufrieden, oder gehst du gemeinsam mit den Zombies unter? Chapter 1 Chapter 1 Chapter 1 Oh man Oh man Habunto number 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 Oh, Shit! Gibt's denn da Heal Zeug? Kann ich den Bunny abschießen? Ja. Ah! Oh, was bist du? Bist du ein Licker? Nein! Chapter 1! 50 SP haben wir bekommen. Genauigkeit, 91% Mann! Rang B! Nee! Was? Gleich Chapter 2? Okay. Ah, ich hab ne Nachladen soll... Ich kann mich gar nicht drauf konzentrieren, aber... Ich muss schauen, ob ich irgendwas abkneiden kann. Da ist ein Peer! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Was blind kann das sein? Oh, fuck. Das ist mir falsch. Oh, fuck. Das ist mir falsch. Boah! Ah, Scheiße! Hat er mich gekillt? Mit einem Schlag? Oh! Ich spiel bei hinten. Gesamtpunktzahl. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir mal 5 Minuten was anderes gespielt. Ja, aber ist doch ganz lustig, sowas zu spielen. Jetzt müsste man bloß richtig ziehen können mit der Scheiße, ne? So. Also gut. Story geht weiter. Go, go, go! Geh zum Tender! Ach ja, Bartender! Geh zum Tender! Ich meine, eigentlich unendlich rennen. Ich hab jetzt vor den Gläsen, angeblich soll ja das, äh, ein bisschen in einer anderen, nennen wir's, äh, Paralleldimension spielen. Also das, das mit dem Yakuza, Kiri und so gar nie passiert ist in der, oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Wie das natürlich wirklich ist, keine Ahnung. Das war bloß eine Diskussion in einem Forum. Oder unter einem Test. Bartender war, 20 Jahre, ich war das erste Mal bei Kamurochow in Kamurochow. Master war, oder? Jetzt hat er noch nicht verändert. Tavoka. Ich bin hier, Shintani-Sensei. Ah, das ist ein Gespräch. Ich bin wieder. Ich bin jetzt wieder. Ich bin sehr, Mann, ich bin sehr, was zu essen. Ich bin jetzt schon der Tarte. Ich bin der Wunschung. 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 Das war's für heute. Sie wurden verabschiedet. Sie wurden verabschiedet. Das ist wirklich? Das ist wirklich. Und dann haben wir die Begründung von Matsgane. Die Begründung des Begründungsgeräts war immer noch immer, dass sie sich immer mit der Begründung anbieten. Aber warum haben Sie das denn? Der Begründungsgeräts war meine Begründung. Ich glaube, ich hab mir eingeführt. Soll ich so schnell auf die Yakuza? Entschuldigung. Wir werden in der Karmula mit den Hamura in den Häusern. Ihr seid mit der Häusern. Mir ist nicht so, wie ich, wenn ich dem Yakuza. Ich weiß nicht. Ich habe die Vorstellung vor dem Karmula gegen die Schreie. Einerseits ist es der Yakuza der Kanzlei Jäkza. Ich habe einen Moment gesehen, dass sich das Schmuck im Kammlach in der Gäufe verletzten. Hey, was das? Ja, das wird durchsacht. Eine andere Sache. Die Polizei hat einen Dachauern gesehen als der Kammlach. Das ist eine große Sache. Die Yakuza hat 3 Leute so gemacht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Hm? Erstens, haben wir einen Hügel von Hamura gehört. Und dann hat sich die Polizei nur drei Punkte gesagt, dass der Hügel von einem Hügel ist. Was ich nicht mehr so interessiert? Ja. Ja. Wenn die drei Menschen sterben und alles nicht beantwortet werden können, dann kann man die Polizei auch nicht kümmern. Das ist also ein wenig zufrieden, aber ich glaube, dass ich es auch nicht verletzen kann. Ich glaube, das ist ein Verletzter. Die Welt ist nicht zufrieden. Wie effizient und effizient wie möglich zu halten, bekommst du einen SP-Bonus. Wenn du nicht die richtige Antwort wählst, verlierst du deine Chance auf einen SP-Bonus. Bestell die Chance auf einen SP-Bonus, wird die Anzahl der belohnenden Antworten auf der rechten Seite angezeigt. Äh, die Anzahl der Sterne steht für den Anzahl der... Okay. Muss ich mich irgendwie beeilen? Korrekte Lösung 2, harter Muder. Ja, ich weiß nicht. Was hat Herr Mohler darüber gesagt? Okay, ich glaube, das reicht mir. Jetzt mal ernsthaft, kann mir das einer verraten, der sich damit auskennt? Gut, ich könnte es jetzt auch googeln, aber ich spiele es gerade. Deine Fallakte wurden neue Informationen hinzugefügt. Kamurocho Serienmord, Person von Interesse aktualisiert, Kamurocho Serienmord, Fallzusammenpassung aktualisiert. Okay, jetzt steht da nichts mehr, ne? Was diese verdammten silbernen Bälle in den Rückser... Aber ich muss jetzt auch erstmal kurz was schauen... Einstellungen... Sonst Säge, Steuerung, Anziehung, Text, Sprache, Audiosprache... Nein... Ego Perspektive, Kamera mit der Willen, Web, Untertitel, Buchlevel... Mild... Was habe ich mild einstellen? Scheiße! Weil ihr habt das bestimmt auch schon bemerkt. Unten rechts steht ständig, dass ich es überspringen kann. In den anderen Jakobser-Teilen... Oder in anderen Spielen... Passiert das ja oft, wenn du mal auf den Controller kommst. Du bewegst den Stick oder sonst irgendwas. Aber das Ding ist, ich habe den still hier vor mir liegen. Ich benutze da gar nichts. Und trotzdem zeigt es das an. Das stört mich schon dermaßen. Also nicht, dass jetzt irgendjemand meint, ich spiele die ganze Zeit gerade ständig in den Controller rum. Da liegt es erstmal wirklich nicht an mir. Da liegt es erstmal wirklich nicht an mir. Warte mal, da ist das Dornliche Schock mal hier. Warte mal, da ist das Dornliche Schock mal hier. Hier... Oh, warte mal. Sprechen. Oh komm, ein Hör. Tafnest... Es ist immer noch dasselbe, Alter. Oh, warte mal. Guck mal, etwas Gesunder zurückzubringen. Kauf Shortcut. Danke. Okay. Ich muss auch mal in Don Quixote gehen. Weil das muss ja da drüben wirklich ein berühmtes Einkaufsding sein oder so. Oder Krimskrams. Ach, was ist das? Was? Die Polizei war nicht so kaputt. Das ist... Hey. Heute ist es gut, Alter. Ich kann es auch nicht schlafen. Hör mal. Ich bin... Gendda, der Herr Schindler. Ich habe an den Kollegen von Ihnen. Ich habe mir echte, und zwar... Ich habe mich verletzten, Herr Schindler. Ich werde dich tuern. Ich bin dann auch mein Mann. Ich werde mich auch zusammen mit dir. Ich bin der Herr Schindler und von Ihnen, Herr Schindler. Ja, stimmt. Ich habe mich sofort. Das ist ja kurz, aber ich kann mich nicht mehr überprüfen. Ich kann mich überprüfen, dass ich hier die Hände überprüfen werde. Das ist sehr wichtig. Bitte schön. Ach so... Der Grund für den Betroffen ist, dass ich mich verletzt habe. Aber ich denke... ob ich das Gefühl habe? Ah? Ich denke, dass ich mich verletzt habe. Was ist das? Was ist das? Ich werde es nicht tun. Ihr werdet ihr, dass ich hier rauskreibe. Ist das nicht anders? Es ist anders. Wenn ich das, wenn ich das, was du gemacht hast, dann... Du kannst du das? Nein. Ich werde das für die Polizei verabschieden. Und ich werde dich nicht mehr zurückgegeben. Hör auf! Ihr seid doch auch ein Verkaufstück! Hey, Yagami! Vor 3 Jahren, dass ich wenigstens das O-Kubo-Sin-Pei hatte, dass ich nicht mehr so verletze, dass ich mich auch verletze. Aber dann hat O-Kubo-Sin-Pei Ich habe mich nicht mehr so verletze, dass ich mich nicht mehr so verletze, dass ich mich nicht mehr so verletze, dass ich mich nicht mehr so verletze, ich habe mich nicht mehr so verletze, dass ich mich nicht mehr so verletze, und ich sage es richtig, weil es sich jungen, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war das, Jetzt stellst du mit ihnen zu verletzten. weil ich das nicht geschafft habe, dort war es dann von einem Beamten. stelle sie können noch an das ist ein das kann man immer senker verdammt schätze das gehört einfach zum job dazu Ich weiß, was ich? Was haben Sie gesagt, was der警察 gesagt? Was haben die anderen auch die Begründung für den Begründung? Das ist mir nicht so, was ich. Na, Shintami? Ja, aber ich glaube, dass die Begründung für die Begründung nicht so ist, dass die Begründung nicht so ist. Ich glaube, dass es nur die Begründung für die Begründung der Hülle ist. Hm, das stimmt. Dann sag ich dir, Yagami. Ich will dir, was du dir von Hamura-San sagst. Ich habe dich mit Kumu-Müter-Sprung an den Kuh-Müter-Sprung. Es gab einen Club der Amur-Sprung. Das ist der Kuh-Müter. Ich hatte einen Kuh-Müter-Sprung. Ich war mit dem Kuh-Müter-Sprung. Es gibt keine Kutse für Kuh-Mas. Es ist ein Kuh-Mas. Sie haben viele Kuh-Mas. Sie haben den Kuh-Mas. Ach, ich habe mir das Kuh-Mas. Ich habe keinen Kuh-Mas. Ich habe mir auch noch eine Kuh-Mas-Mas. Es war auch mal ein Kuh-Mas. Es war währenddessen. Es war sehr viel Zeit. Kuh-Mas. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, der Mann hat sich nicht verabschiedet. Ich habe ihn in den Amur. Was? Nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, aber... Also, Hamaura hat sich viele Menschen verabschiedet? Ja, ich habe Amur für unsere Gruppe geschickt. Ich habe das Beste von mir gemacht. Und dann, dass ich alles in den Banken tröne gesucht. Ich habe es kurz geholfen, dass ich es im Kuhn war. Aber ich habe es nicht nur noch. Ich habe es exakt. Ich habe die Kuhn in der nachtelung geschaut. Ich bin auch wieder bei der Kuhn. Ich bin weiter dem 12.00 Uhr. Soll ich das? Die Polizei wurde verabschiedet, und in der Nacht wurde sie verabschiedet. Ich werde die Polizei verabschieden. Wie ist die Polizei? Erstens, die Polizei verabschiedet. Was ist das? Das ist das. Das war's nicht so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kume Toshiro, 34 Jahre alt. Das ist der Stabber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ihr war's nicht so. Ich bin schon wieder so. Nein. Mein Mann ist doch nicht Ihr Name. Das sind zwei Leute, mit einem König, ein Mensch. Ich habe mich. Ich habe 5-J targets. Das war's nicht der Ange. Hast du das Gefühl, dass ich Amuru nicht verabschiedet habe? Ich habe das Gefühl, dass ich das vorhin verabschiedet habe. Er war also ein Geheimdienst. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt überrascht habe. Ich verstehe. Okay. warum hat die polizei die ich meine gut seine Kampfstile sind auch echt geil Chica und Kranich, da kommt die Folge aus irgendeinem alten Kung-Fu-Film ich meine es werden euch jedes mal mehr Leute wenn ich Neues spiele in der Dragon-Engine spiele aber halt warte ich muss da nicht mehr warte mal da kann ich rein das ist wieder eins dieser naja tatsächlich das ist eins dieser Hostessendinge ja was sind denn die das sind einfach sowas Testendinge wo man sieht welche die Schutzen Burrs hat und in welchen ist das was Ponytail Kyle Club Doos 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 Mettred Vanity Feralma Egal so ist es noch ein paar aus der Bahn, aus der Bahn, ladies, aus der Bahn was bist du für einer? wie sich die Hände reiben was ist die Sauna? nein, da kann ich gar nicht mehr warte, warte, warte da Sauna Goten Hammuda behauptet, er wäre in der Mondnacht dort gewesen, in der Mondnacht, ja halt, warte Hallo, ist das ein Sauna? ja, willkommen wie geht nein, ich bin nicht der Mann, aber ich werde ein bisschen erzählen hm? ja sie ich bin nicht der Mann da da hier es gibt es gab Ich verstehe, wenn der alte Mann sich an Homura erinnert hätte, wäre es das Alibir jetzt was er durch. Ich verstehe, wenn der Mann sich an der Mordnacht hier war, würde das das ganze Problem lösen. Aber angeblich gibt es ja keine Beweise und die sind Alibir schützen können. Da gibt es ja keine Beweise, ob es in der Mordnacht gibt. Es gibt, aber wir haben die Mordnacht auf drei Tage, automatisch. Wenn die Mordnacht gekommen sind, haben die Mordnacht schon geschlossen. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielleicht sollte ich einige weitere Leute fragen. Gibt es hier vielleicht den gegenüber der Kamera? Gibt es denn hier noch? Warte, da ist ein Penner. Ich habe keine Angst, aber ich habe auch keine Angst. Alles klar, mein Freund. Da ist noch, du Handreibemann. Hallo? Da ist ja so. Ja, ich habe keine Probleme, aber es war noch etwas zu Ende. Nach einem Abend, der Jäkza hat einen Verkauf. Ich habe noch nie gesehen, dass ich ihn nicht gesehen habe, und der Jäkza hat sich nicht gesehen. Wie ist das Thema? Wie ist das Thema? Ich weiß nicht, dass der Jäkza das Host nicht so ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denn die Hosts haben alle so ähnlich wie eine Spur. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, oder? Ich weiß es nicht. So, ja. Danke. Danke. Aber, bevor wir jetzt hier weitermachen, bedanke ich mich jetzt für euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder. Die ist hier verfügbar? Ah, wahrscheinlich nur in Japan. Oder China. Oder was der Geier, wo noch. Also, ich bedanke mich jetzt für euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Judgment. Macht's gut und Servus.